Das ist bescheuert. Sagt ausgerechnet der Wichser, der das Geld wahrscheinlich geklaut hat. Hey Tim, du bist aber ziemlich schnell bei der Hand mit Anschuldigungen. Kommt Leute, wir sind doch Freunde, immer mit der Ruhe. Das ist echt bescheuert. Was? Hilfe? Also, das ist eine lange Geschichte. Nein, das ist eine kurze Geschichte. Ich schreibe Kurzgeschichten. Es war abgemacht, die Beute durch vier zu teilen, aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wüsste, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du rauskriegst, welcher die anderen ausgeraubt hat, verpass hier von mir eine Kugel in den Kopf. Das wäre prima. Pass auf, nach dem, was wir über das menschliche Bewusstsein wissen, kann ich mir nur einer Tatsache gewiss sein. Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich kenne meine eigene Psyche und ich weiß, dass diese Psyche es nicht geklaut hat. Würde ich die Psyche der anderen kennen, könnte ich dir weiterhelfen. Aber leider kann ich nur für mich sprechen. Und das tue ich hiermit und sage, ich habe das Geld nicht geklaut. Also unter uns, O'Cantler, ist der Lügner. Als wir gebumst haben, meinte er die ganze Zeit, yeah, Baby, ich reiß mir das Geld unter den Nagel. Und ich sagte, das kannst du nicht machen. Und er, doch, Baby, das mache ich. Und ich, das ist Unrecht. Hat mich trotzdem irgendwie angetörnt. Sam hat das Geld geklaut. Hundert Prozent. Nachdem sie und O'Cantler unseren Coup ordentlich gefeiert hatten, habe ich gesehen, wie sie sich die Beute in die Hose gesteckt hat. Sam lügt wie gedruckt. Das war nicht der Dieb, sonst hätten wir das Geld gefunden. Scheiße! Das war nicht der Dieb, sonst hätten wir das Geld gefunden.